Gucken wir mal direkt ran da. Da und einer da oben an der Tür. Was? Sehr schön. Lass da mal direkt hin. Also nicht hier vorne rein, sondern links hin? Ja, wir gehen oben da rein, wo der liegt. Wir können sie da nicht kommen und den retzen. Ich schmeiße da oben mal eine Flash rein, wenn ich das kann. Ne, das Fenster ist zu. Mach endlich das Tor wieder zu. So, mal Supply. Will ich beide nehmen? Ich hab Feuer. Ich würde gerne die Waffe nehmen, bevor du ihn tötest. Ja. Was ist es? Oh, ich hab nur eine PAX gesehen. Hinter mir. Gibt ja irgendwie keine Waffe zu denen. Jetzt die angefuckerte Waffe. Da drüben. Mit dem anderen im Haus. Echt jetzt? Echt jetzt? Ohne Afto. Ohne Afto. Und dann kommt. Hm. Down. Afto, down. Nice. Werner hat nur das Haus, äh, das Fass angeschossen. Und... Down. Alter Falter, was ist denn mit dem nicht richtig?